1. Hau an, alle wir haben zurück zu SF4 Ich habe ja auch dieses, dieses deaktivieren Jede weitere Widerstand ist widerrechtlich. Kein Brust zu sorgen! Der Gewalt wird nicht verletzt. Interessiert mich, du Schotthaufen? Ich habe ein Schotter gemerkt. Kein Brust zu sorgen! Ich habe ein Schotter gemerkt. 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 Endlich! Mensch, meine erledigt. Oh, es sollte recht leicht werden. Okay, wo wir das noch erst gegeben haben, sind die Hunden schon fertig, würde ich sagen. Das ist die beiden nur, die Hunden sollen wieder nur adaptieren, was die haben. Die Hundenkopf-Oberen sollen mal eigentlich verschwinden, aber man kann trotzdem gewinnen. Die Erfahrung schon so gut hat in der Linie angemacht, aber ja auch von Hundenkopf in den Nahen hat trotzdem gewonnen. Ich glaube, nur ein Schuss hat der Schwachschule, dann ist er der Down, würde ich sagen. Also, er ist Down. Irgendwas nützlich ist. So. Das, was wir auskompesten, bevor es noch schlimmer wird. Obwohl, ich glaube, es passiert sich, dass wir sowieso nicht mehr. So. So, so, so. das ist alles drauf also wenn ich das wissen wollte durchlesen das alles durchlesen ich sollte das video natürlich pausieren denn ich warte jetzt nicht als gefühl zu einer halbe stunde für einen text oder so kann ich das video ausmachen wenn ich da einfach welche dazu erwarten wir haben um das durchzulesen bruchte ich gefühlt 100 weitere videos vielleicht auch mehr nur für das nur für die dinger und glaube darauf haben wir alle keine lust okay ein paar vielleicht schon aber die meisten mit sicherheit nicht vielleicht meistens auch lust ich weiß es nicht obwohl ich jetzt wieder weg lasse schreibt mir gerne in die kommentare so Okay. Ja So ok sperren gewessen super mal gut aus ist mal schauen also ich weiß auf jeden fall wie seine seine rader harnisch da wirst du da was eine gewehr was wir finden das war dann ist da ist okay der achten munition ich brauche da drin könnte sich alles mögliche verbergen ja habe ich okay es ist denn eigentlich dass es mir nicht besser also gleich aus der gewicht der ist schlechter von daher nehme ich die waffe auch so schauen wir mal wo es ist die werkstatt auch verdammter mist hat die vor feuer heilen sollen ok ich schätze ich werde wieder gespawnt aus dem keller rauskürzt heißt er wohl die lasermuskete und versuchen mich zu heiraten zu erledigen möglich schnell was für eine sauberei ein menschen mal kurz also ist ein gewehr an in in also so in dann aus in 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 Das ist gut. es bei roh 23 ist nicht mehr ist es nicht also oder mehr schaden je weniger gesundheit ist ja also kieb hat rilfe sein okay muss ich okay muss ich mir okay so wie die jetzt immer noch nicht obwohl sowieso war der tod naja er suche es ist auf jeden fall wert wo ist der kitt muss man muss der kitt werfer hier ich muss erwähnen der boss ist Ja, aber ich glaube, ich glaube, ich werde jetzt die Verschalltücher stören kann, ehrlich gesagt. Äh, was denn lebt noch? Heilige Scheiße. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. So, gut. So, jetzt kommen wir zum Weg. Na, ja, ja. Ja, ja. Aber ja, ja, ja. Ja, ja. Hm, 45er Waffen, okay, Momentchen, neul. Ja, es ist wieder eine Bedeutung, sonst nehme ich, weil ich ja eine Schnellfahrer fahren möchte. So, hier haben wir auch noch so ein neues Rüstungsteil. Egal, dann kommen wir hier später, hier holen wir jetzt die Werkstatt, äh, super, da haben ich auch hätte Falschraum besucht, alles für die Katz. Welcher, die war draußen? Achso, die hab ich denn umsonst gesucht, na super. Ich hab vorher gemerkt, dass die draußen ist. Obwohl, achso, ich war die ganze Zeit am falschen, im falschen Raum, am falschen Haus auch noch. Sieht aus, sieht aus wie die Gude. Hier steht jetzt nicht mehr. So. Ich habe einen Ball aus, dass ich hier schon mal parieren kann, obwohl ich habe das Das ist ein paar Wochen zuerst. Entfernt. So. Schauen wir mal auf hier. Auf hier schon mal. Also, warum machen wir das hier? Wie ist das Wasser? Jetzt. Nee, ganz. Ja. Da fehlt also noch Beton. Da hat Beton in Zelt. Da hat Beton in Zelt. Jetzt erst 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 mal. Habe wirklich schon andere. Ja, hier mehrfach. Stahl. Was? Oh, schade. Da hat er auch kein Beton. Da ist ja. Die Schaden kann gut getrennt werden. Und jetzt. Hier ist es. Ok, so das können wir uns wenigstens schon ums Essen. Wahrscheinlich ist der Wahrscheinlichkeit, also, dass ich lieber so nicht hier leben werden werde ich aber nicht. Keine wichtige Schütze zum Bauen, aber fehlt mir auch was. So, jetzt nicht mehr. Was baust du da? Was ist denn da? Was ist denn? Das ist auch ein Torso. Probieren wir jetzt überhaupt mal ein Torso. Auf den Helm. So, jetzt ist es ein Sanctuary. Und dann schauen wir mal, daher sieht man, wo wir einen Helm schicken können. Das wir hier erstmal wieder bauen können. Wir haben das jetzt endlich mal geschafft. Ach, wir werden versuchen. Ja. 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 langsame ist ja hier ist langsam der ist vorschläger wir brauchen mehr leute wie dich ich hoffe es wird euch nützlich sein ich will mich verkaufen weil ich sowieso verkaufen von daher wir werden dafür sorgen dass das gut eingesetzt wird hey carla willst du handeln was du so hast wenn du was kaputt machst musst du es kaufen ja dass die ich ich es Ah, Munition für die Minigun, wer hätte ich das mal gebrauchen könnte. Einfach was ich eigentlich auch verkaufen wollte. So, ok, mal kurz schauen, da werden die Doktor hier dahin schicken. Hemans Alley vielleicht? Ist der Fallschüler losgeschickt? Besser nicht. Ah, was ich gerade hatte. North Hagen Beach. Ne, ist das? Wollte ich ja nur von meinen Siedlungen, die ich selbst gehört habe. Wollte ich ja nur hin schicken. Äh, ja. Da ist sowieso wohl ganz zu viel. Dann schicke ich den Ball da hin und dann schicke ich da vorhin hin, dann habe ich schon mal das vorhin gelöst. Einfach Sorge, da muss ich nur noch... Wollte ich... Aber puh, ich soll die Folie abschalten. Abschalten. Wollte ich, Säger, wieder da. Wollte ich? Wollte ich dann. Lass meine Siedlung in Ruhe. Ich habe die Elben Schutz, also. Meier schützt sich immer so oft. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ja. Dann weiss man noch ein Bett auf. Okay, mach ich mal kurz. Vor der Funkgleichstahl ist der Arm raus. An. Besser. So. Du bist ja jetzt am Essen? Okay. Okay. So. 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 Hello. So. 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 und ja, Essen, also eine Sache, das haben wir gepflanzt, das heißt, ich bin nicht zum Leben und Wasser, bringe ich denen auch noch. Sprich, die haben alles, was die brauchen. Warum frage ich mich jetzt mal? Außer es ist ja, der Zeit ist ja der Nationalgleiche, wahrscheinlich darf ich 20 Jahre höher mal versuchen, zu räubern, denn ich glaube ab. Ich glaube, ab dem Level ist es vielleicht möglich, da die Bigs nur Einser-Powers zu bekomme, wenn ich die nicht so einsetze, wenn ich nochmal laden, dann ist dann auf Mönerer versuchen. So, mal schauen. Ach ja, ich glaube, ich bin nicht so übel, wie es aussieht. Es ist bestimmt nicht so übel, wie es aussieht. Ich glaube, ich bin nicht so übel, ich bin nicht so übel, aber... Aber wenn wir vorher die... Vorher einmal die Potenzone der die wir hätten, dann hätten wir die Wind gut wahrscheinlich zerlegt. Puh... Aber die... Obwohl... Nein, sie... Sie können sie... Hilfe auch... Sie können sie auch Probleme machen, von daher... Lassen wir sie lieber einfach mal... Hm... Sonst treibt sich sie auch die Fenzen... Das wollen wir auch eigentlich nicht... Wie wäre ich hier? Also ich bin sehr... Zudem... Das ist aktiv... Und sie bekommen ihre Betten... Okay... Jetzt haben sie auch genug Betten... Oh... Sogar mehr als genug... Okay... 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 Also gut... Wurde hier vielleicht nochmal einen Kürbis gepflanzt... Mit... Sogar ist die beiden Siedler... Eigentlich sind zwei... Seid ihr von beiden... Ach... Sie sind aber dumm... Ist ja gut... Dann... So... Braucht ihr euch noch mehr essen? Damit... Ich habe euch auch genug zu versorgen... jetzt kümmern kann es auch mal um wasser natürlich das aufbereiter geht ja nicht dafür dafür geht es hier in den wasserloch so wasserpumpe habe ich selbst zu versorgen als polizei hier will ich auch gerne räumen denn wie gesagt ein polizei hier könnte es die sache geben polizei hier könnte es die sache geben die ich gerne hätte ich schon mal es ist eigentlich schon polizei hier gefunden habe also jetzt auch das polizei hier wenn ich das so getan so sind dabei eigentlich so umkehren blutgas ich mich nicht erwischt hat bist du okay ja ja passt nicht genau ich bin okay hoffe ich zumindest ich glaube ich besser nicht eingehen denn sieben so ausgleichen dass wir mit rayer wohnen würden möchte ich ja umkehren unsere politikation wir haben ja jetzt verkehrt jetzt los wenn ich den kämpfen will kann ich gerne machen ich hoffe ich könnte mich nicht eigentlich sterben es sei denn du tue es sei denn es ist auch woki schrecklich sterben können aber nur wenn du nur du das quest werde ich töten kannst glaube ich also es gab es eine quest werde ich töten konntest du nicht musstest und wenn die mehrheit zu den feinden werden und es gab auch nicht mehrheit die töten die ich töten musste weil es ein feind geworden ist das denke ich auch töten zu gut geschützt und der Fourth ist, die meisten fahren hier κlipp sind zu natürlich ich weiß wie ich bin jetzt ist es was solltet darauf schaffen te Ich kann vorher heilen, dann sich die beiden Kunde kümmern und schaue, was er findet, wo er man sucht. Also, bevor wir da oben gehen, schauen wir erstmal, ob ich hier unten noch heilen kann und dort weg, wenn ich suche. Tja, das sieht halt nicht so aus. Müssen wir halt weiter oben, müssen wir, obwohl, haben wir jetzt sehr so gut gesp... Jetzt ist unser Schloss. Ah, krass, wir haben Gesellschaft. Oh! 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 Schwer verbundet! So, fälscher mich nichts sonst. Super. Scheibe da oben nach. Das ist nicht verarschend. Oh, Handschellen. Das ist noch ein Wettengift. Ha-Ha-Box. So. Mal schauen. Mal schauen, ob da vielleicht auch, ob wir so nötigen Daten drauf sind. Hätte wir jetzt nämlich die aktivieren. Scene. Term. Ah, nein, ich finde meinen. Er hätte auch noch mal drin bleiben. Zumindest vorerst. Mit dem Hohlband. Und dann starten wir jetzt mal. Nachricht an Buster Connolly. Das war ein schöner Beitrag, den Sie da über den Bau der Einschienenbahn geschrieben haben. Himmlische Highway. Mörderische Mäzene. Nett. Aber ich glaube, Sie überschätzen das organisierte Verbrechen etwas. Die Bostoner Familien, die sich zusammentun, um ein öffentliches Bauprojekt zu finanzieren? Ha, also bitte. Ganz offensichtlich haben Sie noch nie mit diesen Typen zu Abend gegessen. Die können sich kaum auf eine Vorspeise einigen. Und wenn's ans Bezahlen geht, schauen alle immer woanders hin. Die Bosse hatten ihre Finger im Honigtopf, das stimmt. Aber nicht so tief, wie sie uns ihr Glauben machen wollen. Eines aber haben sie richtig dargestellt. Sicherheitsinspektoren eines Landscape wurden umgebracht. Aber sie werden sie nie finden, weil nichts von ihr übrig ist. Oha. Naja, wenn dem wirklich so ist, dann... Tut's better, die Frau. Oha. Wenn man sich aber aufgelöst hat, ist logisch, warum? Hoffentlich war es dann schon tot, denn... Ich glaube... Mitwendiges ist wesentlich schmerzhafter, würde ich sagen. So aufgelöst zu werden, als tot. ... Obwohl ein Stier hat das Pulitz dieses Tier zu arbeiten, oder... ...weil es nach dem Krieg. Also was ist denn der Fall ist das Kriegzeit hier? Es ist wie ein Skyrim, welches dank ihr finde ich. Dann schluss, dass du anstatt harte und messer, dass du einfach das schloss alles loszieht und dass das Ding ist, dass du anstatt harte und schrauben ziehst, das ist eigentlich nur gleich. Seid ihr euch gerne selbst durchlesen, eine Pause machen und durchlesen, ich lese es jetzt niemals nicht vor. Ihr müsst euch halt einen YouTuber suchen. Wer findet ihr einen, der es vorliest? Erst für Jungs zu lesen, wer ihr euch so gut seid, um lesen zu können, dann schaue ich das Video auch nicht. Dann spielt ihr aber 18. Und wenn ihr alle verbieten seid, dann nähert euch das Video bestellen, dann müsst ihr euch gerne, dass ihr euch gerne da lesen könnt. Also möchte ich mal lesen können dafür. Soll' ich... Bist du siehst? E臭 L Dem поговор sind 19. Ne uti ... Ich hab' mir gedacht, ich wollte den Kyro lang. Wollte ich mal sagen. Jetzt war ja hier, weil sie dir auf einmal den Kämpfer aktiv. Ich schaue ihn mal an, Schäufer. Ich darf nicht sehen, Hockheim. Ehm, ok, Jentland und Jentland. Da ist ihn. Du hättest einfach weglaufen sollen. Jetzt werden sicher, also kreuz war es, wir werden wegkommen. Die, wohin? Ah, dahin. Also, was passiert mir hier, deswegen schauen wir einmal nach. Also, ich persönlich würde auf jeden Fall... Also, ich persönlich würde den Curator hier holen, aber ich hätte gerne den Trumpf wollen. Aber leider auch weiter hin. Der ist gefällt, der ist, dass er knackt, ne? Und ich glaube, es gibt da auch welche. Also, ich weiß noch kurz, ich hoffe, er ist zuerst, ich zeige das Zeug jetzt schon so gerne, dass ich vielleicht schon im nächsten Video hole. Das gefällt auch nicht, wir schauen mal. Obwohl, Moment mal, ich habe nicht einen Skill auf die Pause, die ich auf die Pause-Station brauchte. Ich guck mal, ich habe nicht einen Skill auf die Pause hier. Ich habe nicht einen Skill auf die Pause, die ich auf die Pause überbringe... Ich bin gerade schon rum, aber in der Tor geht das Schätze, weil... obwohl wir für die einfach nicht wenn ich komplett ist oh ich bin ja so gelblich bist du? ah super tja schau mal, was wir dann wieder verbissern können ja, Ritel muss ich vorher in Schmiedsrang 2 sein Okay, wenn ich schon ein bisschen hatte. Heißt du, hat es gefallen? Männchen. Nee, jetzt ist mein Sohn. Ich bin mein Kerner. Aber ich würde sagen... So, Artipität weg. Noch kurz heilen. Bis zum nächsten Video. Bis dann, Leute. Ciao.